Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Liebesorakel. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hier gefunden hast. Wir wollen heute mal reinschauen, was so auf der Kopf- und Herzebene deines Gegenübers los ist. Bedenke bitte immer, wir sind hier eine große Reisegruppe und es kann nicht jeden Tag jede Botschaft auf jeden Zuschauer zutreffen. Du schaust immer in eigener Verantwortung, spüre mit deiner Intuition hinein, ob die Kartenlegung etwas mit dir und deiner Situation zu tun hat oder nicht und gib deine Verantwortung nicht an der Haustür ab oder am YouTube-Video. Gut ihr Lieben, wir schauen heute mal rein, es ist schon der Freitag, was ich so zeigen mag. Der ein oder andere weiß es, ich habe auch noch einen anderen Kanal, wo ich jeden Tag einen Tagesenergie-Orakel mache und da gab es heute schon den Hinweis, dass eventuell jemand aus der Vergangenheit zurückkommen könnte. Also falls das auf dich zutrifft, falls da heute jemand um die Ecke kommt, den du schon länger nicht mehr gesehen hast, jemand, der dir vielleicht schöne Augen macht, obwohl ihr schon abgeschlossen hattet oder niemals in einer romantischen Beziehung wart, passt da gut auf. Das muss nicht immer so sein, wie es oberflächlich scheint und kann vielleicht auch in Lug und Betrug enden. So, wir gucken jetzt aber mal. Auf der Kopfebene deines Gegenübers haben wir zuerst mal die Würfel. Das ist ja schon mal interessant. Gut, den Ring. Hier werden vielleicht gerade Entscheidungen getroffen. Dann haben wir hier die Brücken. Sehr gut, wir legen mal gleich die Herzebene noch mit aus. Dann haben wir hier alles liegen und können in Ruhe in die Karten schauen. Na, das Füchschen in der Mitte vom Herzen. Das ist ja auch gut. Und der Schlüssel wieder. Den hatten wir ja in letzter Zeit auch sehr oft. Der Kompass als Ausgang, als Unterseite des Deckes. Gut. Also, hier werden die Karten neu gemischt, würde ich sagen. Wie ich eben schon meinte, könnte es sein, dass du es hier mit jemandem aus der Vergangenheit zu tun hast oder mit jemandem, an dem du schon lange hängst. Wenn dein Herzensmensch schon sehr, sehr lange in deinem Leben ist und sich immer noch nicht dazu entschlossen hat, mit dir zusammenzukommen, dann kann es sein, dass das Ganze gute Gründe hat. Hier mit den Würfeln und dem Schicksalskreuz haben wir nämlich so einen Umstand, der sagt, Ich habe das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben in der Vergangenheit. Das hier ist irgendwie eine Bürde, etwas, was vom Universum über mir ausgeschüttet worden ist. Dein Gegenüber hat das Gefühl, in einer Verstrickung festzuhängen. Man kann jetzt sagen, in einer karmischen Verstrickung oder in einer Seelenpartnerverstrickung. Je nachdem, welche Worte du da gerne für verwendest. Aber dieser Mensch hat das Gefühl, die Kontrolle in der Vergangenheit verloren zu haben. Kann sein, dass das über dich ist oder über einen anderen Partner oder über sein eigenes Leben. Das steht so nicht fest. Im Moment macht sich dieser Mensch Gedanken um feste Beziehungen. Zumindest auf der Kopfebene überlegt er sich, wie man vielleicht auch den Schein wahren kann, dass alles gut ist in einer Beziehung. Aber im Herzen ist dieser Fuchs dabei, immer wieder auf dieses Karma-Kreuz zu gucken, auf diese Bürde zu gucken, die er hier trägt. Wenn dieser Mensch, auf den du schaust, jetzt in einer Ehe ist oder in einer Verbindung ist, empfindet er diese Beziehung als belastend. Mit den Brücken danach kann es durchaus sein, dass dieser Mensch sich überlegt, okay, jetzt bin ich hier 400 Mal über diese hintere Brücke gegangen. Ich möchte neue Wege einschlagen. Ich möchte eine neue Brücke schlagen über einen reißenden Fluss und möchte es mal anders versuchen. Dazu gibt es hier Unterstützung vom Schlüssel. Was mir auch auffällt, ist, dass wir sehr viele Dreien haben. Also vielleicht hast du es hier auch mit einer Dreiecksgeschichte zu tun. Vielleicht hast du es mit jemandem zu tun, der untreu ist. Ich weiß nicht, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die mir angesagt werden. Es kann sein, dass du das dritte Rad am Wagen bist in einer Affärenkonstellation. Es kann aber auch sein, dass es bei jemandem in Gedanken geschieht, dass jemand versucht, einen Ausweg zu finden aus seinem drögen Alltagsleben oder aus seiner eingeschlafenen Ehe und dementsprechend versucht hier weiter außen noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, noch mehr Liebe zu bekommen, noch mehr körperliche Nähe zu bekommen. Und je nachdem, was es dann halt auch ist, wirst du dafür dann immer rangezogen. Dieser Mensch hält dich hier warm. Es geht in Richtung Wunscherfüllung deines Gegenübers. Aber mit diesem Fuchs in der Mitte der Legung und dem Ring kann es sein, dass er dir immer wieder die berühmte Möhre vor die Nase hält. Ja, wenn das und das passiert, dann verlasse ich meine Frau. Also es ist so, hier ist jemand dabei, immer und immer wieder positive Aspekte des Lebens in die Zukunft zu verschieben. Ja, heute kann ich nicht bei dir sein, weil mein Hamster gestorben ist, aber morgen, da gehen wir zusammen ins Theater. So, das steht gar nicht in einer Relation. Also was mir hier gezeigt wird, ist so, jemand ist eigentlich so klein mit Hut und tut aber so, als wäre er ein Riese. Also hier verschieben sich die Verhältnisse sozusagen. Der ein oder andere Gegenüber glaubt tatsächlich an seine eigene Größe, seine eigene Grandiosität, das, was er zu bieten hat, was für Qualitäten er hat als Mensch, vielleicht auch finanziell oder wie gut er die Matratze vergolden kann zum Beispiel. Es kann hier irgendetwas sein, auf das er sich selber viel einbildet, aber objektiv betrachtet, wenn man nicht durch die rosa-rote Brille guckt, ist dieser Mensch eigentlich nur ein Feigling. Ja, hat das Gefühl, nicht anders zu können, entwickelt sich nicht weiter, ist vielleicht auch unehrlich, was halt einfach langfristige Beziehungen angeht. Vielleicht führt ihr auch eine Beziehung, aber er hat nebenbei noch Frau und Kinder und du weißt davon nichts. Oder andersrum, ihr seid in einer Ehe und er hat nebenbei noch eine Zweitbeziehung mit Kindern, ohne Kinder, wie auch immer. Ja, es kann durchaus sein, dass du es mit jemandem zu tun hast, der hier ein doppeltes Hütchenspiel spielt. Jemand, der wirklich unehrlich ist. Also die Energien, die durchkommen, sind unterirdisch. Fühlt sich nicht gut an heute leider. Tut mir leid, dass ich das so mitteilen muss, aber bitte schießt hier nicht den Überbringer der Nachricht. Ich gebe nur das wieder, was ich fühle und sehe. Wir gehen heute mal wieder in die Chugs-Bezano-Karten rein. Das hier sind, also es sind zwei Teile aufgeteilt, dieses Orakel, wenn du neu bist. Es gibt einmal Karten mit Problemen und dann gibt es Karten in verschiedenen Kategorien, die halt positiv sind. So, wir schauen jetzt aber mal zuerst. Da hätte ich gerne zwei oder drei Problemkarten. Nehmen wir mal. Die zwei sind bereitwillig sofort rausgesprungen und eine dritte. Gucken wir doch mal, wo der Schuh drückt. Erste Karte. Desillusionierung. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Hier tut jemand so, als wäre er ein Kreuzritter. Hier macht sich jemand größer als er ist, steht da hinter dieser Leinwand auf dem Hocker und präsentiert sich als strahlender Held in der Rüstung. Aber eigentlich ist es halt nur so ein Schlaffi in Sportunterwäsche. Der dann auch noch ein Kopf kleiner ist, weil er auf dem Schemel stehen muss, um das Bild auszufüllen. Also hier gibt es Illusionen und Desillusionen. Ja, und du darfst hier hinter die Leinwand schauen und gucken, wie sieht denn der Mensch wirklich aus hinter dem Dating-Profil. Hinter dem, das, was er mir vorspielt. Was ist denn da wirklich los? Das meine ich. Es gibt hier diese Verstrickungen, die einfach wirklich nicht schön sind. So, dann haben wir hier noch die alten Wunden. Ja, kann auch durchaus sein, dass dieser Mensch genau weiß, wie er dich an den Haken kriegt, dass er genau weiß, welchen Wurm er an die Angel stecken muss, um vielleicht bei dir Mitleid zu erzeugen oder Lust zu erzeugen oder den Wunsch, ihn zu helfen, zu heilen. Irgendetwas gibt es da. Und dann haben wir noch die Straße der gebrochenen Herzen. Also hier ist wirklich jemand dabei, auch von einem Menschen zum anderen zu hüpfen. Es kann durchaus sein, dass dieser Mensch Süchte hat, dass er abhängig ist von gewissen Aktivitäten. Um sich von seinem inneren Schmerz abzulenken, kann es sein, dass er sehr viel Sport macht oder sehr viel körperlich aktiv ist oder dass dieser Mensch halt tatsächlich irgendwelche Drogen nimmt oder zu Alkoholsucht neigt. Hier ist jemand auf jeden Fall immer so unterwegs, dass er ein falsches Selbstbild abgibt, Leute damit anlockt und sie dann enttäuscht stehen lässt, weil er dann einfach einen anderen Weg einschlägt. Dann geht er halt die andere Brücke. In seinem Herzen ergibt das alles Sinn, weil für ihn ist das gar nicht so schlimm. Solange es ihn nicht betrifft, solange nicht jemand mit ihm dasselbe macht, ist ja alles super. Hier haben wir es mit einer sehr egoistischen und egozentrischen Energie zu tun, die nur an ihr eigenes Vorteil, ihren eigenen Vorteil denkt. So, jetzt aber ganzer Satz. Wir schauen noch mal rein, was sich hier vielleicht auch positiv auswirken darf. Ich persönlich, so aus meinem Leben, würde dir empfehlen, Abstand zu halten. Du sollst die Leute an ihren Taten erkennen, nicht an ihren Worten. Und hier gibt es wahrscheinlich viele süße Worte, viel Süßholz, wird geraspelt. Aber eigentlich kennst du diesen Menschen gar nicht. Positive, die positiven Karten. Sich verlieben und auf Wolken schweben. Ja, das ist vielleicht passiert. Dieser Mensch ist flirty. Dieser Mensch flirtet gerne. Dieser Mensch gibt dir das Gefühl, dass du die eine bist. Die Seelenpartnerin. Endlich hast du ihn gefunden. Prinz Charming. Diesen Menschen, den du schon immer haben wolltest. Der Ritter auf seinem weißen Rost, der kommt und dir alle deine Bedürfnisse erfüllt, dich vollkommen befriedigt und dich dann, aber immer und immer wieder mit einer Wunde zurücklässt, weil über dieses Stadium hinaus geht es einfach nicht. Das hier ist vielleicht auch eine Love-Bombing-Phase. Hier wirst du mit Liebe überschüttet. Manche Menschen, zum Beispiel Narzissten, neigen dazu, wenn sie jemanden kennenlernen, den sie als potenzielles neues Opfer auserkoren haben, sich Hals über Kopf selbst auch zu verlieben. Die glauben das dann hier auch. Die sind dann nicht so besonders emotional intelligent unterwegs. Wenn sie jemanden sehen, der Potenzial hat, den sie anzapfen können, Energie absaugen können, ausnutzen können, dann verlieben sich diese Menschen auch Hals über Kopf in ihre Opfer und stellen dann halt nach kurzer Zeit fest, dass sie sie künstlich erhöht haben, werden ebenfalls desillusioniert, aber werden dann garstig. Fangen dann an, dem anderen die Schuld zu geben dafür, dass sie von Anfang an mit unfairen Mitteln gespielt haben. Also ich denke, dass du es hier mit einem Menschen zu tun hast, in dem man sich schnell und leicht verlieben kann, weil er offen ist, weil er flirtet, weil er vielleicht auch genau zuhört, was du sagst, um das dann hinterher gegen dich wieder ins Feld führen zu können oder um zu wissen, wo man genau bei dir auf die Knöpfe drücken muss, um zu bekommen, was man möchte oder um dich zu verletzen oder zu zerstören hinterher. Pass gut auf. Es tut mir leid, dass ich heute keine so positive Nachricht hier rausgeben kann, aber das ist im Endeffekt die Energie, die heute durchgekommen ist. Pass also gut auf dich auf. Achte darauf, dass du dich nicht in Versprechungen verliebst oder auch in Illusionen, die du dir vielleicht selber machst. Verliebe dich nicht im Potenzial. Lass dich nicht auf der Warmhalteplatte schmoren. Wenn jemand kein offenkundiges Interesse hat oder immer nur um gewisse Dinge abzudecken, dann ist das vielleicht nicht die richtige Beziehung für dich, wenn du nach einer Lebenspartnerschaft suchst. Gut. Also, ihr Lieben, machen wir Schluss an der Stelle. Ich wünsche dir, dass es dir gut geht. Pass vor allen Dingen gut auf dich selbst auf. Wir nehmen noch mal eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen und schauen mal, was ich hier zeigen möchte. Und die hätten wir, glaube ich, noch nie so in einem öffentlichen Orakel. Da haben wir die Zauberin. Du verfügst über magische Kräfte und kannst deine klare Absicht Wirklichkeit werden lassen. Also, lass dich hier auch nicht von deinem Weg abbringen. Ja, vielleicht bist du gerade dabei, für dich selber dein Leben auf eine neue Stufe zu stellen, etwas Wunderbares zu erschaffen, mit oder ohne andere Leute. Und dann kommt da so eine Energie rein, die versucht, dich gerade im Keim zu ersticken. Ein Fake Prince Charming. Jemand, der versucht, etwas von deiner Energie zu stehlen, ohne etwas zu investieren. Also, pass gut auf. Wenn du magst, sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.